Das ist Clay! Da ist sie, das Elefant! Ja, davon rede ich. Das ist einfach. Wir müssen nur zum Magikastel kommen. Du hast gerade gekotzt. Wie die Kotze da immer noch liegt. Du hast da nur eine Kotze liegen. Jetzt haben wir hier eine Stadt. Wir haben drei Sinenfahrts. Das heißt, wir gehen erstmal... Morty, wir haben hier eine Drei Sine. Komm jetzt, komm hoch. Komm hier. Drei Sine fahren. Ich gehe erstmal hier oben hin. So. Äh... Okay, du hast hier... Komm, Drei Sine fahren. Ich stehe hier schon dran. Guck dich doch erstmal oben. Vielleicht findest du ein Minispiel oder so. Das ist ein Minispiel hier. Ich habe Minecraft gefunden. Hier kommen drei Sine fahren. Du weißt, dass wir hier erstmal die Schranke aufmachen müssen, oder? Ich dachte, das geht vielleicht von alleine auf. Nein, geht es nicht. Ich kenne das Spiel halbwegs. Okay, hier muss... Da muss hier die Figur hin. Hier muss diese... Die Schaffner-Figur hin. Äh, du meinst den hier? Nee, das ist der Baustell. Ah ja. Okay, wo muss sie hin? Ich glaube, die muss dahin. Wo sie schon steht. Aber da muss der... Da muss der Schaffner hin. Da muss noch ein... Vielleicht kannst du... Nee, der muss da stehen bleiben. Wir brauchen noch eine dritte Figur. Ja... Der da hinten. Ah, da drüben. Warte, ich habe hier ein... Ich hab was. Ich bin hier auf dem Hubschrauber. Ich hab irgend so'n Typen. Äh, achso. Ich kann den Hubschrauber steuern. Warte, ich komme. Loll. Äh... Du hast Spaß. Okay, was passiert hier? Ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, das hier nennt man sexuelle Belästigung. Äh, ja. Okay, wo muss er hin? Weiß nicht. Ich flieg gerade mit nem Kampfhubschrauber durch die Luft. Ich kann... Ich hab hier Matroschkas. Matroschkas. Okay, ihn kann ich nicht mehr nehmen. Oh, sie steht noch falsch anscheinend. Äh... Äh... Okay, jetzt kann ich... Jetzt kann ich F. F. Okay. Und nu? Eventuell kann ich hier rüber? Ja. Wie kann ich rüber? Nein! Wo geht's denn hier lang? Da kam ich gerade her. Das sind Schornsteine. Vielleicht kommen wir hier. Oh! Hey! Was? Was? Ich bin da drin! Hilfe! Hilfe! Das ist nicht so, wie die Pfäne arbeiten. Du warst mit einer Madreschka. Ja. Mit einem Schornstein können wir bestimmt noch irgendwas machen. Oh! okay tatsächlich kann in einen schornstein rein und aus dem anderen daraus dann wie komme ich nicht zu dem adresch gas hoch ich weiß ich bin in den schornstein gegangen ach so in den schornstein ja den hier den hier sind teleportation schon steine okay zu zweit schade können wir zu zweit rein ich gehe mal aufs Flugzeug vielleicht ist das cool korrektur nein das ist nicht cool hier haben wir solche sternenplatten irgendwie was irgendwas da ist doch jemand ja trampolin das ist eine figur für ihn gefunden ah das ist der romantische hier der der romantische ja das tut zack war doch sinnvoll du die mal zu denen zu den ihm dann hier und du mal den den hier weg ja der muss ins häuschen ah sehr schön der schaffner muss jetzt ins häuschen rein warte sehr schön dann mache ich jetzt die Ampel hoch oder was ja nicht die Ampel sondern die hier okay Prezine voran fahr mal ein bisschen langsamer und genießen es mal hier hey fahr na komm ich drück doch ja drück ich drücke drück drück fahr mal ein bisschen langsamer das ist ich meine es sind die Dinosaurier es ist ganz cool es ist ganz cool oh wir müssen gar nicht mehr drücken sag das doch die Dinosaurier können Sie in den Bosskampf kommen? sieht nach einem Bosskampf aus es ist ein Rätsel und du hast den nervigen Part na sehr toll willkommen in Jurassic Park willkommen in Jurassic Park willkommen in Jurassic Park du meinst ich soll das Jump in One machen ja du sollst das Jump in One machen ist ja gut ich mach das ich mach das ja ich mach ja schon alles gut du wolltest grad ernsthaft nicht als du bist besser mit Jump in One definitiv jetzt musst du da lang jetzt musst du da lang ah ok ich muss hier mal loslassen ah ok du musst den anderen runter nehmen äh den da drüben achso ja den musst du hier beziehungsweise festhalten musst du ihn ich halte ihn fest kannst du ihn hoch nehmen? ah ja hier ah ja hier danke das musste ich mal machen nicht in dem Rätsel bitte das hilft uns als du beide ok hier kann ich aber gleich was umdrehen da musst du umdrehen damit ich was schieben kann ah ja hier das kann ich jetzt achso ja hier einmal rüber bitte das müsste man umdrehen kann ich das für dich hoch machen ja einmal hoch bitte einmal rüber bitte einmal rüber bitte ähm ah lol ok du musst mich wieder runterlassen aber festhalten äh ja runter hoch und nun? ok jetzt hoch ah ja ich hab mir den Weg frei machen müssen ich ziehe schon das nächste dann mach mal das nächste so hier so hier äh ne ich glaub nicht äh ich glaub jetzt hoch hoch mit dir hoch mit dir du musst erst gleich herunter ich komm so nicht rauf hoch mit dir darüber jetzt kann ich dich hier rüber schaffen ja aber nicht weiter ich könnte hier hin aber du kommst nicht weiter hm ok vielleicht musst du rüber ach du musst das Ding jetzt festhalten das andere festhalten das bleibt ja sehr schön glaub ich ne es bleibt nicht hm das andere in Position schieben schonmal oder so ne das kommt ja leider nicht weiter so wenn ich das jetzt hier du kannst ja mit dem Teil nicht springen ich guck gerade also müssen wir die einfach auf dieselbe Seite irgendwie kriegen oder bestimmt nicht halt das jetzt mal fest das andere Ding das hier nein nein das rechts jetzt ist es auf der selben Seite ah ok ich muss aber auf die andere Seite das exakt auf die andere Seite ne quatsch halt das halt das unten fest bitte äh ach so jetzt kann ich hier runter und ja hier alles gleich sehr schön jetzt hoch mit dir ja ja das da müsstest du ein bisschen warten ähm nein du musst einfach schneller sein und du musst warten hast nie dieses komische Lemmings Mario Ding gespielt? für Nintendo DS das war fantastisch hab den Namen vergessen aber es war sehr gut ein noch ja das ist ja und ich habe nicht mal das es bin ich gerade zu Hause her geil ja das ist das hier das ist das hier das ist das hier ich habe nicht mehr zu Hause Nein, 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 okay, warte. Ich kann hier was für dich. So, hier. Danke. Runter mit dir. Nicht so schnell. Ich habe hier was. Brauche ich nicht. Danke. Brauchst du. Ja. Höher. Und springen. Ich gebe was zum... Ja. Oh nein, was? Da hast du einen Hebel gehabt. Ja. Okay. Nee, das schaffst du nicht. Warte, ich komme. Ran da. Okay. Jetzt nicht einfach dumm dumm springen. Hebel zieh. Nice. Au. Sorry, Mr. Gino. Nichts persönlich. Die Stank. Auf gehts. Schön langsam. Ein bisschen drücken musst du schon, wenn wir vorankommen. Ja, mach ich doch. Schön langsam. Komm, wenn du zu langsam machst, dann kommen wir auch nicht voran. Feuer. Oh nein. Wer hat hier die Lava ins Kinderzimmer gegossen? Tja, der Bohnen ist halt Lava. Weißt schon. Ich würde mir mehr sorgen, dass wir mit Dynamit machen. Nein. Oh, ein Piratenschiff. Fisch aus Polen für Silvester. Oh nein, nicht das Piratenlevel. Doch, das Piratenlevel. Wir wollten doch kein Sea of Thieves nur spielen. Das Piratenlevel. Ja. Wie dieser da oben? Ein Piratenschiff. Das ist wirklich wie Sea of Thieves. Ja. Das ist nur ein schreckliches Spiel. Ja, richtig. Wir müssen die Kraken abschießen. Okay, ich kann... Ah, ich kann schießen. Wir können beide feuern. Wir können beide feuern. Okay, du musst jetzt erstmal... Ich kann hier so steuern. Ja, ähm... Cool, wir können die Stege abschießen, oder? Du kannst das Portai aufmachen hier, das Tor. Schießen, schießen, schießen. Wir waren angerufen. Nach rechts. Dreh, dreh, dreh. Den hier. Nach links. Nach links. Ja. Schieß, schieß, schieß. Da geht's. Schieß, schieß, schieß. Ach, die Kiste. Da ist einer am Wasser. Auf den. Da drüben. Einer am Wasser. Nach links. Nein, ausweichen. Oh nein. Und nach links. Da steht noch einer. Kann es sein, dass du auch A und D drückst, zum nach rechts und links navigieren? Keine Ahnung. Ich glaube, das macht mir beide aus Reflexe. Das ist echt gut. Irgendwie klappt's. Ja, irgendwie machst du genau das, was ich brauche. Ich weiß nicht, was ich mache, aber irgendwie... Irgendwie mache ich's. Ich weiß nicht, was ich mache, aber es klappt. Ja. Moody, es ist ruhig. Zu ruhig. Er hat eigentlich das Kinderzimmer überhaupt flutet. Ich weiß nicht. Du vielleicht. Hey, wir müssen das nicht machen. Wir kommen in Frieden. Vermutlich. Hey, ich mag nicht ihre Kanonen. Neither bin ich. Zu Kanonen abschießen. Das war schlecht. Nein, vorwärts. Wir werden sowas schon drauf gehen hier. Volle Wendung. Drehen. Hier das andere Schiff, dort. Hinter uns. Okay, eins ist noch übrig. Verdammt. Wir sind tot. Das ist schwer. Ja komm, jetzt hier. Das zuerst. Erstmal das links. Einfach spammen, ja. Und links. Jetzt nach links. Und nach rechts. Wir drehen beide. Irgendwie weichen mir so super gut aus. So rechts, 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 rechts. Rechts nach rechts. Und zack, zack, zack. Der kommt von hinten. Und hier. Jetzt. Volle Pullo. Jetzt. 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 So voran. Und schieß! Bis noch nicht in Schuss reicht weiter. Und volle Butter. Pinguine! Abschießen, abschießen, abschießen! Wir hatten den selben Gedanken. Los! Es geht so! Mach's alle! Können wir den da oben noch abschießen? Können wir die alle erledigen, oder? Nee, kann man nicht. Das ist ein Strand. Können wir den noch abfeuern? Nein, wir können wahrscheinlich, aber wir müssen nicht. Und wir sollten nicht, weil hier kommt Strömung! Okay. Oh, ein Kraken! Auf den Kraken! Die Farbgebung nennt mich ein bisschen an Day of the Tentacle. Hast du's gespielt? Nee. Hab ich aber noch irgendwann mal vor. Besitzst du's? Nein, besitz ich nicht. Irgendwann werde ich's... Ich werd's mir irgendwann mal kaufen. Ich hab's schon mal bei Strömung gesehen. Okay. Äh, Wendung. Da können wir nicht durch. Oder doch? Ah, ein Boss. Nein, lass uns gehen! Oh nein, nicht die Tentacle! Es ist nicht wunderschön in der realen Leben! Es ist super süß und schüttbar! Hey, Herr Oktopus! Ja, sie ist doch! Ja, sie ist doch! Du bist ja in der Zwischensequenz! Ich weiß! Aaaaaaaaaaaaaahhhh! Okay. Wir haben unsere Dresine wieder. Die hatten wir die ganze Zeit! Okay, auf die Kraten. Die Tentakel. Die Tentakel abschießen. Und jetzt hier ihn. So viel es geht, mitten auf ihn drauf. Die Hälfte haben wir. Die Tentakel abschießen, die Tentakel abschießen. Und die Entchen abschießen, bevor sie uns abschickt treffen. Und rechts, 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 rechts. Und rechts, 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 rechts. Und rechts. Kein Entschau fehlen. Nice. Nice. Auf ihn, auf ihn mit Gebrüll. Was? Ja, komm, Feuer. Auf ihn. Hier, hier, den Kraten. Ja, genau, den. Und auf die Tentakel. Auf die Tentakel. Den rechten. Okay, Entschau, Dackel, weg und wir sind tot. Ja, ganzer Boss nochmal. Hoffentlich nicht. Nein, nicht. Ganz halber, was nochmal. Okay. Auf die Tentakel konzentrieren. Die Tentakel. Und rechts. Und rechts. Hin und links. Bevor die uns erwischen können. Die Tentakel. Das ist die kleinen Fächer. Oder der große. Auf die Tentakel. Ja, der Tentakel hat Tentakel. Das hast du gut erkannt. Das ist die Tentakel. Auf die Tentakel. Auf die Kraten. Und ja, nice. Geschafft. Fast heißt eben nicht. Und weiter geht's. Ja. Müsste mal E drücken. Ja. Ja, ist ja gut. Drücke. Ja, drück. Du musst auch. Drück doch endlich mal E. Na komm. Sag, drück E. Ich mach nichts anderes. Das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied. Nicht das Geld. Ja. Ja. Das worstste Geburtstag ever. Okay. Entschuldigung. Oh nein. Ich kann es auch. 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 Überraschwerbe. Ich kann es auch. Was auch immer es ist, es ist eklig. Nein, 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 sie sagte, chillen. Ja, chillen mit der Queen. Sie hat Killing gesagt. Nein. Natürlich. Natürlich gibt es Aufgaben, die wir bewältigen müssen. Das haben wir eh vor. Na, dann auf geht's. Ich kann den Knopf drücken. Ah, okay, eine Mommelbahn. Und rüber. Zieh. Verdammt. Okay, wir müssen beide schneller sein. Drück den Knopf und komm rüber. So, und schnell rüber. Sehr schön. Nice. Und drück. Warum muss der Fett eigentlich immer die Arschbombe machen? Ah, jetzt geht es hier weiter und, äh... Nu. Äh... Ah, du musst die ausrichten. Zeit für ein paar Hamsteraktionen wieder. Sie sind alle verbunden. Sie sind alle verbunden. Na, lass uns herausfinden. Okay. Lass uns den Ball rollen, dann. Ah, okay. Da kommt jetzt die Tue. Du gehst an das Erste und ich geh an das Zweite. Nein, der kommt hier. Schau mal an die Seelen. Wie süß! Wie süß! Was? Ah, hier. Hey, das ist unser Ball! Hey, komm mal! Komm mal! Warte, warte, warte. Ich komm hier. Schau dir diese seelenlosen Augen an! Ich hab keine Zeit, ich bin schon drüben. Ich hab ne Kanone. Am Ballon zerschießen muss ich hier. Du musst da irgendwas drücken. Ich zieh du und du drückst. Ach so. Schießt mich. Das ist ja sehr schön. Ich hab ne Kanone. Ich hab ne Kanone. Ich hab ne Kanone.